Dann, die Szene geht doch gerade richtig viral mit Dani. Ich war so verwirrt im Spiel, ich habe es nicht gecheckt. Weil die Sache ist ja, klar, wenn du den Ball jetzt zu Manu zurückspielst oder ins Tor aus hinten, dann lässt sie sich Zeit, deswegen liegt der Ball einfach dann zum Einwurf, dass sie direkt spielen. Ich glaube aber auch nicht, dass Dani den Ball nicht, ich glaube Dani hat es auch nicht bewusst gemacht, aber ich weiß es nicht. Wir haben noch nicht drüber geredet, ich muss sie mal morgen fragen. Auf jeden Fall hat er den Ball ja nur so zu 75% nach außen hingelegt, einfach, dass sie direkt weiterspielen. Und dann hat er auch nichts gecheckt. Und auf dem Platz wurde ich auch gar nichts verstanden. Weil ich glaube, so wie Dani jetzt auch wegläuft, den Ball in die Hand, Schiri wählt direkt rum. Ich weiß nicht, ob der das extra gemacht hat, aber auf jeden Fall, wir haben noch den Freistoß, aber es ist ja nichts draus geworden. Ja man, das war halt so. Weil manche sagen, du bist so schlau und manche sagen unsportlich. Und ich habe Dani selber nicht mal gefragt, ich habe selber nicht mal mit ihm geredet oder sonst irgendwas. Ich muss ihn mal fragen, kann er nächstes Mal mal erzählen. Und ich habe sie nicht verstanden. Das ist ja nicht. Ich habe sie nicht verstanden. Bis zum nächsten Mal.